Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Äh, ja. Mages will uns helfen, was ich nicht dachte. Ich dachte, sie wäre so eine Randfigur, ihr wisst schon. Ähm, ja. Wow, was hat die für eine Reichweite? Was zum? Okay, Feuer, das bringt gar nichts gegen das Vieh. Schifferbeam. Lichtmagie. Oh. Das ist gut. Ex-Drive. Hast du sogar auch. Geil. Das werde ich mir mal angucken, aber dafür brauche ich zuerst den Skill. So kann ich dich treffen. Ich wollte ja sagen, er sieht schwach aus, aber so schwach sieht es gar nicht aus. Ja, toll, blöd, dass ich Kompah habe. Wobei. Word. Hm. Aber Major kann auch heilen. So, tausche ich mal. Ah, ich habe kaum SP, das ist dumm. Ja, wenigstens den Silfensperr kann ich. Boah, der Schaden. Ich will mir eigentlich das Feuer angucken, ganz im Ernst, aber... Na ja, Feuer macht ja keinen Schaden gegen dich. Ich kann es ja mal versuchen. Voller Kraft. Wow. Okay, es macht doch Schaden. Ich dachte, es macht keinen Schaden, weil Ifis Feuer macht keinen Schaden. Dummes Ding. Na toll, schon wieder leer. Greif doch an! Eis, Sammel, Blast. Wow. Wie kämpft die denn? Ob ich mit der auch dauerhaft rumrennen kann? Wäre geil. Okay. Ich glaube, jetzt muss ich doch Heilung auspacken. Du scheinst wohl eine Lichtkämpferin zu sein. Also viel, die mit Licht zu tun hat. Ja, ich schwächt das Feed zwar total, aber es bringt mir irgendwie gar nichts. Wow. Jetzt hast du Magus-Blatt gemacht. Soll ich wechseln? Ich mach. Wobei, Magus muss sich selbst heilen. Auf der anderen Seite, dann kriegt Neptun auf die 12. Ah, doch nicht. Na gut, Neptun ist jetzt nicht so geschwächt. Du wachst es, du dummes Ding. Da, 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 da. So. Ich will, wenn es irgendwie möglich ist, Mages am Leben halten. Oh, jetzt hat er Kumpa gewonnen, Hittet. Feuer bringt nicht so viel. Ja, muss ich mich heilen. Ich will das. Und jetzt nochmal so ein Lebenskristall. Vielleicht, wenn ich Glück hab. Oh, Mist. So, dann heil ich euch mal alle. Gut. Echt praktisch, ganz im Ernst. Ich glaub, Feuer macht dem nicht so viel aus. Wem hast du jetzt angegriffen? Egal, ich mach. Bei, es heilt Neptun nicht. So. Das auch nicht. Jetzt. Ah. Jetzt. Gut. Ich will beide heilen. Ich kenn auch mal die Flamme, aber die bringt nicht viel. Ich glaub, Eis macht mehr Schaden. Ich könnte heilen, aber ich würde was anderes machen. SP Charger. Auf Neptun. Du dummes Ding. Hör auf. Sonst kann ich Neptun heilen. Macht aber nix. Ich will das finish this. Ich will nicht verlieren. Operation Revelations. Da, seht ihr? Schon wieder. Kaum Schaden. Warum ist das manchmal so? Oh. Ich kann EX Drive. Das ist ja cool. Aber zuerst werde ich testen, ob du irgendwelche anderen Moves drauf hast. Der erste nicht. Wo ist der Patient? Der kann Kumpa One hiten. Ich muss da aufpassen. Mach null Schaden. Hey. Ja, das hier wollte ich... Toll. Danke. Das wollte ich eigentlich mit Majors einsetzen. Gut, dann versuchen wir mal das da. Mal gucken, was jetzt passiert. Let me show you my ultimate sign to the field. Now, let me hear your funny words. Wow. Haha. May you resign forever in limbo. Wow. Wow. Die Frau ist ja gemeingefährlich. Ja, toll. Angreifen kann ich vergessen. Jetzt ist ich da halt. Wow. Geil. Also nicht. So, jetzt muss ich aber. Ich hoffe, 50% reichen. Du blödes Ding. Super. Wenn der Vieh jetzt nochmal angreift. Reichen 2000... 2.500... 2.500... Ja. Ich wollte eigentlich sagen, brenn in der Hölle, aber okay. Was zum Henker? Was soll das? Das ist ja... Ganz im Ernst, das Spiel ist so unkonsistent. Das macht zwar Spaß, aber es ergibt so überhaupt keinen Sinn manchmal. Kann doch noch sein, dass der mich one-hitted jedes Mal. Das Problem an der ganzen Sache ist... Ja. Mir geht die Heilung aus, wenn du so weitermachst. Jetzt ist die Zeit. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Ich kann mir die Heilung sparen, ganz im Ernst. So. Hoffen wir einfach mal, dass du nicht mich angreifst. Danke. Du bist nur jetzt da hinten. So, heilt dich das? Ja, aber Neptun nicht. Dann muss ich erst mal da. Was? Warum hat's... Äh, ich hab nicht geguckt. Ich bin dumm. Ja, geil. Das war dumm von mir. Jetzt muss ich Neptun heilen. Hoffen wir einfach mal, dass du nicht Mages angreifst. War klar. Es war so klar, du dreckiges Stück. Du gehst mir langsam sowas von auf den Zünder. Es ist Zeit für deine Medizin. Ich bin safe. Danke. Ja. Geh weg. Da. Wer wollte mich aufnehmen? Ich hoffe, dass du stirbst. Zu lang. Hast du das ernsthaft genommen? Ich kann mich nicht mehr auf den Zünder. Ich krieg die Krise. Du bist meine Medizin. Ich dachte, ich hätte sterben. Ernst. Ne, wisst ihr was? Jetzt reicht's. So, jetzt kannst du dich mit Blut hier anlegen, du Miststück. So. Jetzt bist du fällig. Jetzt aber arbeite ich dich zu einem Haufen Schrott. So, es hätte ich gleich machen sollen. Nämlich Heil-Items verschwinden. Ja, aber dumm von mir. So. So. Ich kann mich nicht glauben, dass ich so krass bin. Lass uns das aufnehmen. Nicht schlecht. Was ist das? Ich hätte angenommen, sie wurden von ihnen zerstört worden. Ich hätte angenommen, sie wurden auch von ihnen zerstört worden. Nein, unsere Firma Kill-Machines. Danke für deine Hilfe, Magus. Danke für deine Hilfe, Magus. Du musst mir nicht danken. Ich habe nichts getan. Wofür du mir eine Gegenleistung oder so bieten müsstest, glaube ich. Magus war's. Als CPU von Lowey. Lass mich dir auch danken. Deine Pläne sind auf null gesunken, Ganache. 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 Hm? Ja. Beklopptes Lachen, aber das kann ich jetzt nicht, weil die Uhrzeit auf ihn nicht passt. Stell dir einfach ein böses Lachen hier vor. Na, zur Hölle hat er ein paar Schrauben in seinen Kopf verloren. Ja, Moment. Die, die ist so groß. So, hat er auch ein paar Schrauben aus seinem Kopf verloren, gemeinsam mit diesen Dingern da. So. Hat er nicht mal alle Tassen im Schrank. Es ist wahrlich eine Situation, aber... Ja, eine blöde Situation, aber zumindest habe ich uns etwas Zeit erkauft. Was? Da gab es noch ein anderes Motiv dahinter. Ihr wurdet die ganze Zeit an der Nase umgeführt von diesem sogenannten Intel. Ja, dieser Computer da. Was meinst du? Mein Hauptziel war es... Ich habe halt... Ja, euch beschäftigt zu halten. Also, diese Information, die ich hatte... Ja, eine Fälschung. Zumindest habe ich... ...das als Gegensatz gewonnen. Da könnte es zu so einer Zeit sein. Missiv, ich bin's. Finanzier. Wir brauchen Hilfe, die... Ach so, ja... Äh, der Unterschlupf wird angegriffen von... ...Basilikum... Nein! Ah! Finanzier... Finanzier? Finanzierer. Was ist los? Hey, was ist mit... ...Finanzier? Der Unterschlupf wird von der Basilikum angegriffen. Was? Was? Äh, ich wollte nur mal hören, wie... Ach so, ich wollte einfach nur mal hören, wie wir gerade die Waffen ausprobieren. Ich wette, ich weiß jetzt alles falsch, das ist immer so. Wenn ich das später bearbeite und mir dann anhöre, was ich so lese, dann denke ich mir so, oh Gott, was zu hell habe ich da übersetzt. Es gibt keine Zeit mehr zu reden. Wir müssen jetzt zurück nach Lobby. Nun dann, adieu euch allen. Zur Hölle? Ach so, es war weiter. Hä, warte, Garnasch! Er ist weg. Unglücklicherweise, aber ich glaube... Äh, da gibt es etwas, was er in der Hand hält. Was gegen uns in der Hand hält. Könntest du auch mitkommen? Ich wurde... ...mit meinem Willen hineingezogen. Lasst uns gehen. Ach so, ja, ähm... ...sir hat sich ihret Willens eingemischt. Wow, neue Sachen, kommt her. Ein Plan, ja! Moment, Waffe? Kann's sein? Katana, okay. Ein Plan für Kostüm? Gut. Magier, ja! Kann's sein, dass ich für dich jetzt auch Sachen kaufen kann, Magier-Mädel. Das wär so geil. Imperialis Katar. Okay, Katar ist, glaube ich, für Ify. Ich sag auch schon Ify. Ja, für Ify. Ich glaube, ich werde sie auch Ify nennen. Okay, was gibt's hier? Panacea. Äh, ist das ein Medikament? Penicillin? Nee, oder? Ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Shop. Testament. Ja! Aber ich glaube, ich habe gerade Pläne bekommen. Kann das sein? Ja, Tatsache, Magier ist es dabei. So, Pläne. Waffen. Äh, Waffen. Ja, klar. Ich bin auch so Waffen. Aber jetzt kann ich wenigstens mal gucken. Antivirus. Ja. Ich brauche unbedingt ein Energy-Fragment. Könnte ich mir auch kaufen. Waffen. Da, Beam Katana. Beam Katana Beta. Beam Katana Plus. Ja, das habe ich nämlich nicht. Imperialis... Ja, toll. Unentdeckte Muschel. Bastardschwert. Ich glaube, ich werde da noch ziemlich viel farmen müssen. Okay, okay, okay. Gibt es irgendwo was? Nein, das hatte ich auch. Da, 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 da. Huge Ribbon. Ribbon ist, glaube ich, eine Schleife. Das haben wir alles. Fragmente werde ich bestimmt auch, auch brauchen. Monsterhöhle. Westwind Valley. Kann die Enemies stärker machen. Noch stärker. Nee, danke. App Dungeon. Genau. Eine neue Höhle. Cool. Was brauche ich dafür? Junge Herzen fehlen mir. Nee, Young Heart. Was übersetze ich denn da? Joff Heart. Okay, ähm, muss ich mal gucken. Wer hat denn das? Monster. Warten sieht man wieder. Ey. Das heißt, wo muss ich es demnächst platt machen? Also, wo muss ich mich demnächst umgucken? Das sind alles antike Drachen. Okay. Aber ich glaube kaum, dass wir von dir ein Herz bekommen. Okay, bin ich schon wieder durch. Blackbox. Ne, Blackbox-Set. Ah, die Danganronpa-Viecher. Da. Die von dem. Ortanfelder. Okay. Dann tauschen wir mal kurz die Partie aus. Er hat nur eins. Warum freut ihr euch nicht mal? Okay, Ortanfelder. Da. Scheiße. Hier hin? Moment, dann safe ich zuvor, bevor es alles umsonst war. So. So, diesen fliegenden Typen muss ich platt machen. Eigentlich nichts dich. Hau ab. Gut, dann mache ich dich eben fertig. Vor allem mit der Lanze habe ich weniger Reichweite. Das Schöne ist, du kannst schön weit hinten bleiben. Wow. Entweder sind die Gegner schwach oder die Magere ist überpowert. Aber ich glaube, die Gegner sind einfach nur schwach. So, wo ist denn der Flieger? Da. Fliege, Fuzzi, komm her. Du hast Items, die ich brauche. Es ist gut. Ich kann den da hinten angreifen. Boah, ist schwierig mit der. So. So, der ist auch weg. Da. So ein Herz. Gut. Jetzt müsste ich eigentlich warten, bis er wiederkommt. Oder fliegt da noch irgendwo einer rum. Nee. Gut, da muss ich jetzt abhauen und nochmal raus und wieder rein. Weil ich glaube, ich brauche zwei von diesen Herzen. Ja. Die Musik gefällt mir, aber erinnert mich irgendwie an Kingdom Hearts. Von diesem... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Hier mit Tron. Hau ab. Ich habe was anderes vor. Kleines Ding. Da, der da. Zack, zack, zack. Du glaubst, du bist da hinten sicher, oder? Geht's. Geht's. Das ist dein Herz. Ah. Eine Maske. Das bringt mir nichts. Ob es irgendwie auch eine Möglichkeit gibt. Oh. Plan. Hero Drink. War der Plan die ganze Zeit schon da? Nee, oder? Können wir gleich mal gucken. Kleine. Items, oder? Nee. Ein Healing Rain oder ein Healing Circle hätte ich gerne. Ich glaube, ich muss ziemlich viel farmen. Pflanze habe ich. Imperiales Kartal. Wo ist denn its Hero Drink? Oh, was war das? Eyepatch. Augenklappe? Okay. Warum auch immer. Nee. Ich dachte, der Hero Drink ist was zum. Was zum. Was zum. Heilen. Hä? Bin ich blind? Wo ist er denn? Da, Hero Drink. Palapitation. Brauche ich zwei. Wow. Ich werde ziemlich viel rumsuchen müssen. Im Laufe der Zeit. Dabei werde ich wahrscheinlich oberleveln wie Sau. Was mit den Plänen, das ist ein gutes System. Das gefällt mir. So kann ich neue Sachen freischalten. Jetzt komm her. Du guckst wie... Na ja. Als ob du verschlafen bist. Aha, glaubst du bist sicher. He he he. Es lebt noch. Verdammt. Aber du machst null Schaden. Geköpft. Ja, das Herz. Perfekt. So, jetzt kann ich hier raus und kann den einen Plan da zusammen basteln. Das ist ein Dungeon oder was das war. Und dann kann ich da auch gleich mal reingucken. Wahrscheinlich sind da wieder saustarke Tiere, die mich platt machen. So, Pläne. Wo ist ein Dungeon? Da. Was? Noch eins? Ich hatte doch zwei gesammelt oder nicht? Ja, dann nochmal rein. Hey. Hau ab! Ja, tut mir leid. Wird der Part eben länger. Das ist mir jetzt egal. Ich glaube, der letzte oder vorletzte Part oder so. Verdammt. Das ist jetzt halt irgendein Part ist kürzer geworden. So, zack, 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 zack. Du machst den da hinten platt. Lieber Eis, das macht mehr Schaden. Wow. So. Ja, jetzt habe ich es aber. Jetzt, hu, jetzt, hu, jetzt, hu, genau. Jetzt habe ich aber zwei. Nein! Ich frage mich, ob die Viecher schneller sein können als ich. So, Pläne. Dungeon. Das da. Da oben. Tokittencave. Elementardrache. Das sieht ja jetzt schon echt lustig aus. Der zerreißt mich doch. Okay, guck mal kurz rein. Wow. Stylish. Ja. Ihr seht komisch aus. Okay, ihr seid nicht stark. Okay, lieber das. Icegirl. Ja, ich lese gerade den Namen. Got you. This is your favorite. Egal. Die sind aber schwach. Und ich habe nichts gefunden. Kann sein, dass ich die früher hätte schon finden können, diese Höhle. Okay, here are this. Now, what shall I do? Okay. Who is my turn? Magicstone. Okay. Wow. Okay, hier werde ich glaube ich auf Feuer setzen. Wieder nichts gefunden. Was gibt es hier denn? Erdkristall. Apropos Erde. Da vorne ist ein interessanter Gegner. Ob der easy peasy wird, ich weiß ja nicht. Kannst du beide? Ja, kannst du. Die halten aber beide aus. What? Ich glaube, ich mag tatsächlich mehr Schaden, wenn ich einen angreife. Geflorene Klamotten, das brauche ich doch für irgendeine... Ihr wisst schon. Seht ihr meinen Plan? Pinkes Fragment. Many resets, okay. Und ist das Exit? Ja, geil. Das sah so übel aus und ihr macht null Schaden. Operation Revelation will now commence. Magischer Stein. Wie groß ist denn dieses Gebiet? Kann ich nicht sehen. Oh, hier ist auch was. Ah, hier ist wahrscheinlich Teleport Reset, also dass ich zurückkomme. So, einmal noch das Viehblatt mache und dann gehe ich raus aus dem Dungeon und dann beende ich die Part. Kommt ja! Ich will beide. Wenn möglich. Ja. Das Lagerrenne ist echt stark. Großer Bann. So, raus hier. So, jetzt kann ich nochmal gucken. Irgendwo war doch irgendein Plan. Das Healing Pot, oder? Oder Hero Drink? Nee. Healing Circle. Da! Healing Circle war es, was ich brauche. Und magischer Stein. Das ist perfekt. Das heißt, wenn ich in den Dungeon ein bisschen rumrenne, kann ich das hier herstellen. Das ist cool. Hero Drink. Was war das? Klamotten von alten Männer? Nee. Panacea. Panacea. Ja. Das wird dauern. Illegale Hardware. Und rosa Band. Die rosa Band habe ich zumindest eins. Magische Wolfclaw habe ich. Oh! Hier fehlt noch die Muschel. Aber gut, beim nächsten Mal gucken wir uns den neuen Dungeon an, den ich jetzt gerade freigemacht habe. Das war Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.